Hoooooooooooooooooooooooooooooo! Wir können den Gruppenführer Feglein nirgendwo finden. Sie haben nichts unreichtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dann... Ja, sag´. Die haben den Gruppen vorgefeiert und kann man das nicht machen. Das ist der schlimmste Verrat von Eid! Wenn er sich ohne Befehl entfernt hat, ist das Fahnenflucht! Verrat! Bringen Sie mir Fägelein! 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 Wir können den Gruppenführer Fägelein nirgendwo finden. Sie haben nichts Unrechtes getan, was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür würden Ihnen kommen! Fägelein! 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 Rhan'! Wir können den Gruppenführer Fegelein nirgendwo finden. Sie haben nichts von Rechtes getan, was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben. Dafür werden Ihnen kommende Generationen haben. Das haben wir vorgeveragert und kann man das nicht machen. Die sogenannte Lippe. Ich hätte eine Aus qued себя gelieft und so einen ==== Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017